Final Game. Schade, schade. Nicht schade, Bruder. Schlecht. Das ist echt schlecht. Wie ein Brick. Woah, you can't get pasta. Das gibt's doch gar nicht. I hate the rush. Warum macht er das jetzt? I'm that nervous, you know. Männer, ich bin weg. Es ist soweit. Das große Finale steht an von unserem FIFA-Turnier, präsentiert von 1&1 hier am Trainingsgelände in Brakel. Die Teams sind bereit und wir wollen hören, wie es jetzt weitergeht in diesem Finale. Roman Weidenfeller, du wusstest von Anfang an, dass das der Platz ist, den du haben willst. Ein Platz am Finaltisch, wollte ich fast sagen, am Finalkontroller. Wie sehr freust du dich auf diese Spiele jetzt? Finalspiele sind immer was ganz Besonderes und wenn du schon im Finale stehst, dann willst natürlich auch gewinnen. Sehr gut. Und zu meiner Rechten ein Team extra aus England angereist. Jaimie, ich muss mich fragen, du hattest all diesen Weg, um in diesem Finale zu sein. Du hattest es all diesen Weg, um in diesem Finale zu sein. Was wird jetzt passieren? In meiner Meinung nach wird es ein W. Ein W. Ein W, das ist alles. Dann gucken wir jetzt mal, ob er das auch bekommt. Formation. Wie immer. Wie immer. Nichts. 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 Wir brauchen diesen PS. Nein, wo passt der denn hin? Passt schlecht. Oh, ein gutes Spiel. Nein! Egal, egal. Ich bin nervös, du weißt. Ich bin nervös gerade. Gib mir das. Gib mir Gett up. Ausstieg. Stand up. Das ist auch ein Faus. Ja. Ein guter Reif. Ja, ich bin nervös. Ich bin nervös gerade. Wie geht's? Wie geht's? Ja. Ja. So? Ja! Komm mal! Erdin Harden hat hier wieder. Wir machen das, du weißt. Das ist jetzt mal. Meditation. 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 Oh, der. Tschüss. Nein! Nein! Schade. Ich bin nervös. Das gibt's doch gar nicht. Pass mal. Upside. Ach, was denn? Das... Oh, Jamie. What are you doing? Tschüss. What's up, wo? Nein! Upside as well. Warum macht er das jetzt? Du hast X gedrückt, logisch. Cross it, cross it, cross it, cross it. Yes! No way. Scheiße. Sie kriegen jetzt hinter sich aber immer wieder das Ding rein. Huh? Sehr gut? Keep us bad. Keep us bad? Schade, bro. Schade, bro. Halftime 2-0. Bro, we're good, bro. Ja. Just get this PS5 and then... Get out of here. You can't beat, bro. Aber warum ist bei jeder Flanke das Ding drin? Oh, du bist scheiße. Und die haben Haaland vorne, ne? Nur wegen Haaland. Uh oh. Ey. What a shock. Pass mal was. Oh oh. Yes. Ohhhhh! Who is that? Harden, Harden. I was so... I was shocked, it got to me. No, no goal. Ey, der ist so foul. Bro, we're a brick. Whoa, you can't get past us. Paid the ref. We're a brick. Paid the ref. Go on, bro. If you score this, it's game over. I swear. Oh, you missed. Oh, you missed. I thought you scored. I thought I saved, bro. I thought he went to a corner. No. Schade, schade. Nicht schade, bro. Schlecht. Das ist echt schlecht. Klar. Get off. Ey, aber der ist doch auch faul. Get off. Das gibt's doch gar nicht. Aber ehrlicherweise kriegen die ja jeden Ball. Schon wieder, was ist das denn, ey? Go. Come on. Undeserve. Come on. Come on. Ah, schade. Manage mir weg. 3-0. It's a nightmare. Hau nochmal in oben. Schade. Toti from the start, guys. So wie easy dubs. Ungern, aber Rathalation. Congratulations, ey. Congrats. Und hier sind sie jetzt. Die Gewinner des FIFA-Turniers hier am Trainingsgelände in Brakel. Präsentiert von eins und eins. Und das ist die Trophäe. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Jamie. Winning this tournament. What does it mean to you? It means a lot. You know, it came a long way with Liam. From the first game to the last game. Done good. So, yeah man. It's a good experience. Good experience. Liam, was it basically just Erling Haaland doing the job? I mean, it was Jamie doing everything. Pretty much. I was just the supporting man. And Jamie was doing everything. So, this should be his. So, I congratulate. Norway is the rightful winner of this tournament. Jubel. Diese coole PlayStation 5 haben die Jungs gewonnen, aber sie behalten sie nicht für sich, sondern werden sie an euch verlosen. Liam, what do the fans have to do to get this? So, there's gonna be a raffle on my Instagram channel in the next few days. So, you'll have a chance to win the PS5. Also, guckt genau auf seinen Kanal und am besten auch noch Folgen. Jamie, will you participate in this? I might for my Christmas present, yeah. For Christmas I might. I will maybe too. Das ist so wild. Bis zum nächsten Mal.